Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Fortnite Video, das High Stakes Update kam und der neue Raubzug Modus ist da. Dieser Modus ist, wir haben ihn mal gezockt und in unseren Augen ist der Modus sehr einfach zu gewinnen. Wir haben über die Hälfte der Matches, die wir in dem Modus gespielt haben, tatsächlich auch gewonnen und hatten dann auch teilweise 4 Wins am Stück oder so. Es ist sehr einfach, wenn man es richtig macht. Ich habe mir auch den neuen Wildcard Skin gekauft von V-Bucks, den ich mit dem Rettet die Welt und dem Battle Pass erspielt hatte. Geld gebe ich nicht aus für Fortnite, Leute. Und als kleinen Vorgeschmack auf das Video hier noch einen schönen Trickshot und dann geht's los. Ich habe mir einen Anzug mit Geld bezahlt. Tomato, oder? Ja, Tomato. Und dann lassen wir erst ein anderes Team den holen und dann fangen wir die einfach ab. Hast du jetzt schon gewonnen in dem Modus? Ich habe schon dreimal gewonnen jetzt in dem Modus, glaube ich. Es gibt auch goldene und lila Waffen, aber ich glaube unterblau geht nicht. Hey lol. Ach, hier kommt, direkt nehmen wir uns einen Laster runter, Leute. Wir haben den Jackpot. Die müssen zu uns kommen, um das abzuliefern. Wir können einfach nur bei dem Laster chillen. Die müssen uns bei dem Laster abliefern. Ja, ja, klar. Ja, moin. Er fängt jetzt an, den Modus zu verstehen. Ja, und dann, wenn wir das schaffen, das hier zu erobern, müssen wir nur noch ein paar Treppen nach oben bauen, dann haben wir gewonnen. Weißt du? Dann ist der Victory Royale da. Ey, wo ist das der? Einmal ein Jackpot, Leute. Moin. Warum lässt du das Trommel überlegen? Weil ich schon eins habe. Ja, ja, äh, ne, Norden, Norden, Norden. Der hat auch eins, der hat eins. Der hat schon Hit, der hat zwei Hits. Der hat, er kassiert. Norden, Norden, Norden. Ja. Ich habe mich hier in den Müßgeburt. Ich glaube, das ist aber nur einer, lass den mal raschen, oder? Ja, okay, komm. Das ist nur einer, glaube ich. Er hat keine Chance gegen uns, weil wir krass sind. Und weil wir keinen Aim haben. Okay, nimmt das Ding. Und jetzt könnt ihr mich da hochbringen, oder? Ja, ja, nur noch da hochbringen, Leute. Ich sage, das ist voll easy. Moin. Thermodus. Ja, bei den Kopf. In der Rund zu bauen. Nein. Marco, beschütze mich. Ich renne da jetzt einfach hoch. Oh, fuck, ich werde runtergeschossen. Fallschaden. Nein, ich werde runtergeschossen. Ja, ja, die sind im Norden. Ich sehe ein. Ich habe einen genockt. Jawohl, Norden, Norden schon. Ach, die werden von einem anderen Team noch angegriffen. Jetzt schnell, versuch's nochmal. Ja, bau mich hoch, bau mich hoch. Ich habe nichts zu bauen. Warte, 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 ich komm. Ja, ich hab's verkackt. Ja, das war's dann auch schon wieder komplett, wenn ich hier hinten halt stehe. Ähm, warte. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, warte, ich kann mich hier noch hoch. Ah, schnell, 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 lauf, 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 lauf. Die finischen ihn, die finischen ihn. Das ist aber komplett egal. Aktivier's. Ha, idiot, let's go. Was? Das ist so einfach, Leute. Das ist so einfach. Das ist so einfach. Ja, Leute, haben wir irgendwas an dem Modus falsch verstanden oder warum ist das so einfach? Ich habe keine Ahnung. Ja, auf, direkt nochmal, Alter. Aber es kommt, glaube ich, einer, Kevin. Und hier ist einer. Ja, ja. Hat Hits von mir. Ah. Zwei haben gerusht. Hab einen. Ja. Der andere ist da. Der ist hier drin. Fuck. Ja, bitte. Der hat, ich habe ihm ein paar Hits gegeben. Da dauert sich eh einen Kevin nur nicht verkürzt, oder? Achtung, der ist bei mir. Hab ihn. Jawohl, stark, Junge. Schnell. Ja, ja, komm her. Oh, fuck. Oh, ja, Junge. Das war's dann komplett. Nee, keine Chance, Junge. Nein, ich muss den Nachlandern. Bitte. Ich bin jetzt dran. Okay, da wollen sie sich hier gleich hochbauen. Ich hindere sie daran. Oh, zack. Ich halte sie nicht aus. Ich habe einen genockt. Oh, Gott. Auf, auf mich zu schießen, Junge. Auf, auf mich zu schießen, Junge. Okay, ich habe, ich habe den Typ gehittet. Ah, der will weiterbauen. Tu's nicht, Junge. Okay, er wird's schaffen. Er wird's schaffen. Ich habe ihn zwar hart. Ich habe ihn so hart gehittet, aber mit den Blumen, ich habe nichts gebrochen. Schade. Der letzte Fluchtwagen trifft einen in ein paar Sekunden. Es gibt noch Kisten hier. Es gibt noch zwei Loot Drops. Entweder wir holen den Drop direkt oder wir kriegen, ähm, wir kriegen, ähm, das Team. Ich würde wieder abstorben eigentlich. Wir gehen da hin und stauben wieder ab. Okay, ja, 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 da haben sich welche einen Turm gebaut. Da haben sich welche einen Turm gebaut. Oh, fuck. Da sind Leute. Die haben das Ding, die haben das Ding. Ja, moin. Wo sind die? Ach, da. Einer hat Hit. Wo ich jetzt nicht weiß, wie ich da nur einen Schuss treffen konnte, aber... Nein, leider ist der Rücken. Der Typ ist runter, der Typ mit, äh, mit Ding. Okay, da wird sich jemand teilen. Hab einen genockt. Der Typ steht da unten. Der läuft jetzt unten entlang. Hier. Beim Gebauten unten. Ja, das sind die letzten sogar, ne? Ja, ja, okay. Das sind noch zwei. Hallo. Ich bitte treffen. Ja, nehmt das Ding, bringt's hoch. Warte, ja. Jeder kriegt's einmal. Es sind eh nur noch wir drei. Da kommen keine mehr, kommen uns zu töten. Also, easy going, alles hier. Hehe, nochmal ein bisschen rumfliegen. Leute, so gewinnt man ne Runde. Der Modus ist so easy. Ein Verbindeter, der hat, das ist Jurel. Easy. Ah, jetzt stehen wir drauf. Ich glaub, wir können tanzen. Hehe. I'm dancing. Yeah! Eeeeeeaah! Ich finde die doleißen. Täh, 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 täh. Entlich steck ich nicht unten im Wagen drin. Oh moin, okay, dann zurück ins Lobby-M Näver. Zurück zur Lobby, meine. Äh, Gegner, bei mir. Der rennt, glaub hinter den Berg, weg. Aber nicht mit mir, junge. Nicht! Mit mir! Ah ne, hier rechts am Baum, Marco, ist noch einer Ah ja, 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 da Hab einen Hast du den hier rechts am Berg? Den anderen auch, beide tot Huf! Die wurden zerstört, alter, dieser Enterhagen, Junge Bin ich einfach so neben sie gezogen, die haben nichts geblickt, Leute Eigentlich ist der nicht zu OP, aber der ist relativ leicht Der ist nicht zu OP, aber geil Ich seh'n Sniper Oh! 190 auf dem Berg, da wird's gebaut ist und ich hab' den Typ genockt Alles gut Äh, Ragnar Rockdown? Hä, wo ist der Unterschied zwischen dem Loo-Trop und dem anderen, der irgendwo rot war? Hä? Oder war er schon... Ja, ja, ich schieß' auch ein bisschen weg Ich glaube, ich rush die, oder? Nee, nee, komm, lass Ich kann mit meinem Haken hingehen Ich hab' auch keine Chance, jawohl Ich geh' kurz looten Achso, jawohl Das ist normale Loot-Job Okay, vielleicht sind das spezielle Loot-Jobs Diese lilanen Hab' ich jetzt aber auch nicht gewusst Ich dachte, die sind alle gleich Ich bin sehr offensiv drauf Oh fuck Der hat nicht mehr viel Hab' ihn Ach, der hat mich genockt Ne, stell' den Juwel auf Ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn, hab' ihn Ich hab' ihn, ich hab' ihn Ich sag' Kant, ich geh'ä